Guten Tag, ich bin Liane Rudolf, die deutsche Stimme von Christine Baranski, Susi Kurz kennt man vielleicht noch und dann Nana Visitor aus Deep Space Nine und Laura Eins, die ich zehn Jahre lang in Emergency Room gesprochen habe. Ganz jung. Ich war im Schiller Theater engagiert und hatte von einer jungen Kollegin gehört, dass sie Synchron macht. Ja, dann fiel mir irgendwann ein, naja stimmt, die Leute müssen ja Deutsch sprechen in den ausländischen Filmen. Und dann gab es einen Kollegen, der Sigmar Schneider, der war ein Synchronstar und war auch im Schiller Theater. Den habe ich dann irgendwann gefragt, naja, ob ich meine Liste von Firmen haben könnte, die hier in Berlin sind. Und das hat er mir dann gegeben und dann habe ich da angerufen, aber das hat eine ganze Weile gedauert. Ich glaube fast ein Jahr, ich dann endlich meinen ersten Termin im Synchronstudio hatte. Ja, meine erste größere Rolle, ja, so ganz genau, es waren dann mehrere gleich. Aber ich habe natürlich angefangen, wie man damals anfing mit Menge Masse. Ganz kleine Röllchen in der Menge, also erst mal jubeln, schreien, Hallo rufen oder so. Und dann vielleicht irgendwie, ich werde Ihren Besuch melden oder ja, Herr Doktor hat gleich für Sie Zeit oder auch nur Bedienung, bitteschön, dankeschön oder sowas. Allerdings ging es dann ziemlich schnell los, dass ich größere Rollen gehabt habe. Ganz selten. Also das ging auch vielleicht gar nicht. Ich habe jetzt mal so geguckt bei der GEMA, bei der GVL, wo ich jetzt mein ganzes Berufsleben eingegeben habe und das ist bestimmt nicht vollständig. Und es sind trotzdem ca. 10.000 Einträge. Also das geht gar nicht. Und naja, also ich habe jetzt gerade einen Film gemacht, Bad Moms. Und da habe ich die Christine Verans gesprochen und den werde ich mir jetzt Weihnachten mit meiner Tochter anschauen. Das lasse ich mir nicht entgehen, weil ich also wirklich finde, dass der Film sehr witzig ist und vor allen Dingen meine Darstellerin, die ich da spreche, das einfach super macht und die saukomisch ist. Und dann habe ich mir gesagt, das muss ich mir jetzt mal anschauen. Naja, sie hat also immer so ein ganz kleines bisschen Ironie, auch ein bisschen Selbstironie. Sie ist einfach eine tolle Schauspielerin mit vielen Nuancen. Sie ist ja auch nicht immer gleich. Also Big Bang ist ja wirklich eine absolute Nervensäge. Aber in Good Fight oder dem Vorläufer Good Wife war sie ja eine taffe Geschäftsfrau mit eigentlich sehr angenehmen Seiten auch. Natürlich auch manchmal ein bisschen durchsetzungsfähig. Also sie ist vielseitig, aber sie ist einfach vor allen Dingen gut. Und das macht Spaß, sie zu sprechen. Naja, ich bin ja relativ selten davor gekommen oder angefordert worden. Die Christine Baranski ist ja nur in ausgewählten Folgen dabei und auch gar nicht so üppig. Ich wundere mich ehrlich gesagt immer, dass alle Leute das kennen. Ich habe aufgezählt, ich weiß nicht, manchmal, wenn mich Leute fragen, was hast du denn gemacht? Und immer, ah ja, weiß ich nicht, sogar, ja, kann sein, habe ich mal gesehen. Und dann plötzlich, ah, Big Bang Theory, ja, das kennen wir. Und da bin ich immer ganz erstaunt, weil sie ja da eigentlich nur peripher drin ist. Und trotzdem muss sie da so einen nachhaltigen Eindruck machen in der Rolle, dass die Leute das alle sich merken und kennen. Naja, klar, das ist Schauspielfutter. Das ist viel interessant. Und viel interessanter als irgendeine nette, freundliche Durchschnittsfrau. Ich habe auch in meinem Leben eigentlich immer fast, könnte man sagen, Glück gehabt, dass ich ja eigentlich eher immer so ein bisschen entweder die komischen oder die Charakterrollen hatte. Also ich habe ja eigentlich ein wenig die nette Mutti oder die liebe Nachbarin gesprochen, sondern das waren eigentlich immer irgendwie Rollen mit Kick oder irgendwie Biss oder dramatisch auch mal. Ja, oder ich habe in Denver Clan, damals habe ich die Claudia Blaistel gesprochen, die ja immer so kurz vorm Selbstmord und Nervenzusammenbruch war. Also das ist natürlich eigentlich für eine Schauspielerin am interessantesten. Und da bin ich eigentlich froh, dass ich dann spätestens als ich 30 war, dann so ein bisschen eher ins Charakter- oder Komikerfach gerutscht bin. Vorher habe ich ja meistens immer die doofen, kleinen, süßen Blondinen gesprochen, möglichst noch listelnd. Und da war ich eigentlich gar nicht so glücklich mit. Doch ein bisschen bedauert habe ich das schon, wenn ich ehrlich sein darf. Warum ich das nicht bekommen habe, darüber möchte ich mich jetzt lieber nicht auslassen. Man muss vielleicht dann, sage ich mal, zur rechten Zeit am rechten Ort und mit den richtigen Menschen in Kontakt sein, wenn man das dann nicht ist. Ja, dann kriegt man das vielleicht nicht. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, ich war vielleicht eher mal so ein bisschen immer überall Nummer zwei, aber dafür dauerhaft ausdauernd seit 45 Jahren jetzt im Gewerbe. Und da kenne ich einige, die hatten mal die Fetten und die sind weg und nicht mehr da. Und insofern, glaube ich, kann ich auch ganz zufrieden sein. Und dann habe ich ja sowieso in den letzten Jahren, eben jetzt nochmal in den letzten 20 Jahren, diese Schauspielerinnen abbekommen, die ich jetzt eigentlich alle aufgezählt habe. Diese erste war Nana Visitor in 1993 ungefähr, die ich da mit Deep Space Mine angefangen habe. Und die anderen sind ja danach erst gekommen. Also insofern habe ich dann doch irgendwann noch ein paar gute, schöne, nette, interessante Schauspielerinnen abbekommen. Und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja, das ist einmal ganz deutlich gewesen, da war ich gerade in Scheidung und das war alles ziemlich schwierig. Und da habe ich dann ein Zweiteiler gesprochen, naja, wo sehr viele Parallelen, sage ich mal, zu meiner momentanen Situation war und das ist mir doch, ja, das ist mir schon ganz schön animieren gegangen, muss ich sagen. Ja, ein bisschen schon. Ja, das gehört ja auch dazu, dass man sich hineinversetzt. Ja, und natürlich, ja, im Laufe der Zeit kriegt man eine gewisse Routine und steigt vielleicht nicht mehr ganz so ein. Aber doch, das muss man schon, man muss schon da sich auch drauf einlassen, ja. Traurig. Einfach traurig. Ja, es ist schade. Erstens mal, weil man niemanden mehr als widerpart hat. Man muss sich alles vorstellen und das ist doch was anderes, als wenn man miteinander spielt. Dann lernt man natürlich auch die jungen Kollegen alle nicht mehr kennen. Alles, was unter 40, 45 ist, weiß ich eigentlich nur, ja, habe ich ein paar Mal gesehen auf der Dispo, aber man läuft vielleicht aneinander vorbei und weiß gar nicht, dass es derjenige ist. Ja, ab und zu gibt es mal die Gelegenheit, dass man durch Zufall vielleicht jemanden kennenlernt, aber im Allgemeinen ist es sehr einsam geworden. Na ja, mit Martin Hirte auf jeden Fall sehr vom Schiller-Theater damals. Ja, mit Norbert Gescher habe ich etliche Liebespaar gesprochen. Ja, Norbert Langer auch. Also da gab es eigentlich eine ganze Reihe. Friedrich Webau-Schulte natürlich auch. Ja, ich habe gelernt. Also als ich ganz jung anfing und auch Menge Masse machte und so, da habe ich ja dann wirklich hinten gesessen. Alle mussten ja in dem jeweiligen Take vor der Kamera, vor dem Mikrofon stehen. Und man saß also hinten und wartete vielleicht fünf, sechs, sieben Takes, bis man wieder dran war. Und dann hat man natürlich zugehört und gesehen und gehört, wie die Kollegen das machen. Da hat man viel lernen können, viel abgucken, abhören sich können, was ich glaube, heute ein bisschen den jungen Kollegen fehlt. Eine anständige Sprechtechnik lernen. Das war mein Glück. Ich kam aus Bayern, hatte zwar Berliner Eltern, aber war ja in Bayern aufgewachsen. Hatte also doch merklich einen leichten Akzent mit so, die Sonne scheint so schön. Und dann auch noch das Rollen der R so ein bisschen. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich hier in Berlin eine sehr gute Sprechlehrerin gefunden habe. Die hat mir das ziemlich schnell ganz fix erzogen und mir eine gute Sprechtechnik, eine gute Atemtechnik beigebracht. Und das war, glaube ich, mein gutes Rüstzeug für Synchron. Das würde ich schon auch sagen. Das hatte ich ja auch, aber es gibt sicher Ausnahmetalente. Ja, aber ich habe doch das Gefühl, dass Leute, die nur autodidaktisch reinsteigen, irgendwann an ihre Grenzen kommen. Also ich finde übrigens, ich merke es sehr deutlich bei der Werbung. Ich habe ja selber über zehn Jahre für eine Werbeagentur Regie gemacht und habe da auch immer wieder Leute aus dem Synchron geholt und ausprobiert, die bis zu dem Zeitpunkt wenig oder gar keine Werbung gemacht hatten. Und habe festgestellt, also ich finde, Werbung ist das Schwierigste überhaupt. Weil ich muss ja innerhalb von kürzester Zeit mehr oder weniger mir eine Szene ausdenken. Wenn ich also nicht gerade einen Abbinder oder was spreche, aber in vielen Fällen ist das ja, ich muss eine Geschichte erzählen oder ich habe sogar einen Partner. Und das ist alles ganz kurz und muss sehr genau sein. Und ich muss vor allen Dingen mir selber was kreieren. Ich habe ja kein Bild und nichts und gar nichts. Ich habe ja nur das Wort. Und das, finde ich, ist eigentlich die hohe Schule, ein bisschen des Schauspiels. Und da habe ich eben dann gemerkt wirklich, dass doch bei vielen diese Vorstellungskraft, diese Entwicklungsfähigkeit nicht da ist. Ja, das war eigentlich eine tolle Sache, eine tolle Aufgabe. Etwas ungewöhnlich, weil es war ein Sprachkurs für Engländer. Es gab mal in den 60er Jahren sowas, Wolter und Conny. Da war ein englisches Paar, was dann den Deutschen Englisch beibringen sollte. Und das war so ein bisschen in der Richtung, es waren zwei Paare. Und das Ganze war allerdings völlig ohne Deutsch. Also es wurde anhand von Beispielen Sätze wie, wie komme ich zu? Oder wo bitte ist? Und so wurden kleine Spielszenen gemacht im Studio in unterschiedlichen Situationen. Und daran sollten also Engländer sozusagen kleine Sätze oder Situationen an die Hand geben werden, wie sie sich in Deutschland zurechtfinden können. Dazu gab es dann allerdings noch ein Radioprogramm, wo dann schon in Englisch ein bisschen Grammatik erklärt wurde. Und das habe ich dann mit einem der Kollegen zusammen gemacht. Das waren eben sieben tolle, interessante Monate. Jede Woche wurde eine Folge gedreht. Und ich bin dann noch eine Weile so drüben geblieben, habe sogar überlegt, ob ich drüben bleiben würde. Aber es war, glaube ich, die richtige Entscheidung, dann nach Deutschland zurückzugehen. Aber das war natürlich spannend. London, zehn Monate. Ich habe nur fürchterlich viel gefroren. Es war immer schlechtes Wetter und kalt. Das kann man so nicht sagen. Also Theater hat mir schon auch sehr viel Spaß gemacht. Aber vielleicht hatte ich den meisten Spaß in meinem Leben doch im Synchron. Und zwar einfach, weil es so abwechslungsreich ist. Wenn ich jetzt Theater spiele, ich habe ja meistens auch Suite gespielt, also ein Stück ein paar Monate hintereinander. Bei einem Stachelschwein am Schluss habe ich dann ein Programm ein Jahr gespielt. Und das ist dann natürlich schon immer sehr viel Routine und immer dasselbe. Und beim Synchron ist es so, ich habe nie eine Sache zweimal gemacht. Jeder Film ist immer wieder neu. Jeder Take ist immer wieder neu. Und ich habe ein Gedicht über meinen Job gemacht, die Synchronsprecherin. Da heißt es, ich erstarre nicht in Routine. Vormittags spreche ich eine Biene, nachmittags die Frau im Mond. Das kann ich eigentlich nur an dieser Stelle so sagen. Das beschreibt es. Und von dramatisch bis komisch, alles quer durch den Garten, konnte ich da an Facetten spielen und ausschöpfen, was eigentlich dieser Beruf zu bieten hat. Ich weiß, dass ich mit einem Kollegen, der schon verstorben ist, vorm Mikrofon ganz jung stand und der war etwas schwierig. Und der guckte mich dann von der Seite an, ganz indigniert und sagte, Sie haben Knoblauch gegessen. Und in dem Moment bin ich wirklich, also da war ich 21, in die Erde versunken. Ich konkrete hinzuzeichen. Ich weiß, dass ich ihn 죄송 Das war's für heute.